hallo zusammen da sind wir wieder in no risk for fun weil ich sage no rest for the wicked ja wir haben jetzt so ja letztes mal aufkehrt und haben eigentlich so eine neben quest auf der gatte der gatte der gast wird ihn und dann haben wir jetzt gefunden er ist so ich bin da durch das gebicht seemannsfeste ich dachte das wäre sicher du kommst du von der räume und dann da geht man der wisper städte und du kriegst dann doch auch gezeigt seemannsfeste sicher oder wimmels von und gegner und überall liegt wieder loot kiste sind wieder voll also alles recht und schön aber die gegnervielfalt hier am strand oder so die sind jetzt wesentlich stärker ob zwar jetzt einmal waffe bisschen aufgerüstet also jo ich weiß ja nicht ob das die endgültige waffe ist also viele neue und dann möchte ich ja nicht und ich habe dann aber ganz woanders noch vermutet also nicht hier der ruft die stand von und ich bin hier auf der brücke kannst du mir helfen und was weiß der teile jetzt gehen wir halt immer wieder zum damit man wenn ich uns die entnebequeste mal ab zum abschluss bringen ja dann ist das okay macht er doch überhaupt ich wissen natürlich der frage und mannig frage er war gerade muschel fischeln fischeln mutten ich dachte ich könnte meinen Weg durch den alten Brücke und nach den anderen Seite von Mariner zu fliehen ich dachte ich könnte meinen Weg in der schlimmste Form als ich bin ich bin die Bord hat mich nach hinten und die Bord hat mich nach hinten und die Bord hat die Bord hat mich nach oben und die Bord hat mich nach oben die letzte Zeit habe ich versucht zu sein Ok. Einen Weg gibt es dann da. Die Leiter ist ober. Da fahren wir auch schon noch mal. Aber wo soll denn ein Weg soll. Schleichen. Das bringt ja nichts. Da ist ja nichts zum Schleichen. Ja, aber Schauhalter liegt noch. Pfeilschwanz, Krabbe. Äh, Krebs. Ja, ist ja egal. Krabbe, Krebs, Fischfutter. Also der kommt nicht da rüber. Ja, mir? Komme mir da her? Ach so, guck mal. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen von da oben. Ok, aber und jetzt? Jetzt sind wir hier. Nichts da rüber springen oder was? Ne, das kann nicht sein. Ich konnte die Karte nicht reden, konnte ich nicht umgucken. Das muss doch einen Sinn haben, dass man da jetzt oder ne. Probiert halt mal. Oh. Na, scheiße, ja. Ok, ich habe den halt den Rastplatz gelust, weil ich den wo auch noch vermute. Jetzt steht ja auch die Karte, Google Kenne. Aber, naja. Habe halt ne Trau gedenkt. Aber jetzt ist momentan, da steht da wieder sicher. Jetzt ist momentan keiner mehr do. Zumindest habe ich keiner mehr gefunden. Und deine Heune. Nee, so. Und die Framerate, die rüchte auf 30 FPS. Ich weiß nicht, warum, dass ich mir die neue Karte gekauft habe. Ja, wenn ich das bin, bin ich schon wieder. Ja, die ist von 2023. Ja, das macht nix. Die ist schon veraltet. Die ist ja 40, 90 Karte. Ja, klar. Von 2000 Euro. Ah ja. Da hole ich mir lieber viermal PS5. Warte mal, kann ich noch was herstellen. Ähm, drei, könnte ich dürfen dann. Das ist ja wie nix, oder? Bäume gefällt, haben wir ab. Wir brauchen Holz. Ähm, wo waren der jetzt? Wo war ich da jetzt? Ähm... Da, gell? Jawohl, da muss ich hoch. Warte mal, machen wir die Fässer noch kaputt. Vielleicht liegt was da. Also, für mich sieht das so aus, wie wenn du ein... Oder ist... Doch, das ist ein Hebel, aber das kann man nicht... Peter, ja... Peter... Jetzt ist doch das Lichtfeuer aktivieren können. Ich weiß nicht, ja... Ah, soweit ich das so jetzt auch nicht... Warten, ich würde da gerne Hilfe, aber... Es muss doch einen Sinn haben, dass man da runter kann, oder ist es einfach nur so... Die Ersten werden das mal probieren und dann... Da ist nix. Okay, Toni war... Was? Ist das ein Witz, oder was? Soll das ein Witz, oder jetzt? Ne, ich konnte doch nicht weiter. Hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ne, also... Ja, und... Ich konnte jetzt... Olga, hast du da einen Plan? Siehst du da was? Siehst du besser da, wie ich? Ne, aber da geht's nicht weiter, Freunde. Hundertprozentig nicht. Oder doch? Aber es sieht doch nicht so aus. Ne, sie geht nicht weiter. Aber wenn ich du jetzt... Verstehe ich jetzt echt nicht. Wenn ich du jetzt auf der Verlängerung spring, ist das besser dann, oder sterben wir da nach? Ah, naja, sterbe du mal nicht. Wir sind schon mal... Okay, warte mal. Oh, Ausdauer, denke an der Ausdauer ist, gell? Ja, ich denke an schon nichts anderes. Geh mal da hoch. Geh da mal da hoch. Aber warum gehen das jetzt, ne? Ich war doch eben... Ah, drüber. Ja, ich weiß nicht, was ich da mach, Freunde. Keine Ahnung, wo ich da jetzt rumkrabbel. Ich glaub alles, dass das... nicht so gewollt ist. Wenn die Ausdauer weg ist... Geh mal da hoch. Warte mal, was liegt da was? Ach du, da muss man hochkommen. Ach eben. Was hieß dieser Roststoff? Ich hab noch gar nix eingesammelt, oder? Ja. Also, da ist der Turm. Das sieht so aus, wie wenn man da irgendwo... komm mal. Oh, 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 oh. Das wird eng, Freunde. Schnell! So, jetzt bin ich da mal her. Weil ich dachte... Nicht da war hier die Tür zur Westbrücke. Ich hab... Jetzt aufmachen kenne. Ich hab einen Schlüssel zu der Westbrücke gehabt. Ich hab dann, das hab ich gar nicht mitgekriegt. vielleicht kommen wir jetzt hier könnte man schon mal auf der karte gucken so ja das stimmt das könnte passen dass man da jetzt da ist ja noch alles verdeckt dass man da irgendwie darum komme mal durch so brücke steht fast so aus wissen jetzt müssen jetzt mal ein anderes tag oder 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 wisper dings bunds was weiß ich wieder dreck ist ich habe doch da einer gehabt meine wieso krieg ich denn jetzt nicht auch gezeigt habe ich doch keiner gehabt oder ist es jetzt schon wieder alles hinfällig das konnte nicht so ist doch der wieso krieg ich denn jetzt nicht auch gezeigt jetzt kriege ich noch gesagt ich bin im online gebiet also babbel nicht ich will ich denn jetzt nehmen ich nehme denn jetzt halte mal nix ich will nicht weiter geht dann noch was irgendwo die haben tausende von quest die konnte gar nicht alle abschließend mal liegt oder was da geht es auch die hat sich so die drecks von gerade die mit ihr das ist unglaublich ausdauer für johle mit man eigentlich alles mal aussetzen ich wollte eigentlich da oben hoch weil ich glaube du könnt mehr gehen wir nicht warum wenn es vielleicht noch mal rüber gehen auch ein rad die mama alle kommt was ist denn jetzt das ist alles bloß bauernfängerei da oder ne da komme ich nicht hoch fleisch oder woher das geht nicht ich leise ich was passiert jetzt warte mal gucke mal erst auf der kart ich weiß nicht was ich nichts was schon begeben hatte soll ist es jetzt gut wenn man da hingehen oder nicht oder was wir können noch bisschen was abbauen wir da waren die im auge behalten dass die werkzeuge und das alles verschleißt das ist gar nicht nur gestrückt schurkenhandschuhe ich scheiße auch schurkenhandschuhe es ist jetzt nicht ob das der richtige wege ich kann das nicht war ich gar nicht ich weiß es hat um die scheißrate daher in dem ganze ding holt schon noch irgendwas diese truhe was sind das winzige feder an zum durchwirken von waffen und rüstungen benutzt werden er schrottbombe gibt so leer bis auf eine radde ist nichts gewesen baumfäller kommt mir brauchen holz hallo so kommen wir nicht hoch oder nein nur schleiche so hoch und schleiche wo sie mir warte mal was ist denn das habe ich alles nähe das konnte ich noch gar nicht nehmen und da haben wir dabei war mal ob man uns ausschleiche können auch du scheiße kathode krupp freunde kathode krupp du kannst also praktisch bloß eine kleine handelschein und stirbig backstabber oder was und die große würde warte mal was davor level ab oder alumte judehose die scheiße judehose ich also was ist das für konsträger bischen warte mal ich will gucke auch gotteleid also noch einer warten aber den kennt man schaffen da ist kleiner wie du holger die warten war nix das war nix das war kein weg oder was backstab oder wieder wir werden daherkommen in riesen auf uns zu geladen wenn wir sind da außer um genau die werden wir werden dann genau in die falle gelaufen da liegt immer noch grad nimmt mit nimmt das zeigt mit das beißkraut oder wieder sehr scheiße ist wie wärmer genau in die falle also das ist man aber richtig gemacht ohne kohle weiß gar was das ist die brauche oder ohne da liegt was da liegt irgendein auto kann ich graben wie ein wildmeister was wand ist ton brauche mal bitte weiter wo haben wir durch schwein gehabt erst als erstes mal diese tor waren wir gucken um auf die karte könnte 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 passen doch vielleicht noch so rüber und dann vorher und dann zu dem was ist das der feuersteller aha was haben sind es dann ohne gemacht mit dem das kapiere ich mal leid also unethisches zeige move direction of the release you let go of the wheel wenn sie hoch geht es werden das wir da mal oder eine große truhe groß siegeln ok umbauplan kupfer spitzhacken bauplan er gut das ist man nicht schlecht und ein kleiner erfahrungstag gibt es aber wenig und deine tränke dort ehrlich war ich weiß jetzt nicht ob ich da richtig bin ich glaube es nicht du könntest aber in der turm gehe jetzt habe ich alle getroffen bis also bowling polo oder kegel wenn ich für mich anscheinend ja keine ahnung warum vielleicht auch normal oder was das ist der turm oder müsste eigentlich das ist ja schon mehr rauschen und da gibt es zwei sagen dieser rohstoff ja ich hoffe dass wir da wieder hoch können ja was das soll da wird verwirrt die schnur durch die feuerstelle wir haben auf der karte gesehen ich habe glaube ich glaube ich habe genug dann habe ich nehme viel ich nehme das und die pilze brauche ich glaube ich noch bei equest oder sowas also so näher gesammler ist was der letter kommt der bell letter da ist ja hallo karten wie geht ja you have my thanks traveler any more time stranded up here and i'd be eating my shoes wife's gonna kill me i think i'll keep this between us that's all right with you i know caroline sees me as the heroic sort wouldn't want to dispel her of that notion schlusser und was aber sagen wir jetzt kriegt der hat doch so viele beigesteuern was man da alles kriegen der konnte konnte ich habe weil er mich retten ja ja das stimmt noch muss krass oder noch mal ja okay war es jetzt was hat denn der eigentlich keine sache da ähm kappenzuppen rezept das habe ich das habe ich auch da fisch spieß rezept 97 kostet ich habe drei silber und 80 bronzer münzer soll ich das grafen oder so könnte ich auch noch grafen du kannst schon über begrenzt grafen ja das brauche ich jetzt nicht ich habe eigentlich genug aber desto nehme ich mitkommen ja so schwinden die münzer oben haben aber nicht wie viel muss das holz abliefern doch ja trotzdem so ich kann ja aufsteigen das würde ich auch noch gern mal ausdauer 70 auf jeden fall man muss passiert bei stärke gute leid ernst geht es in die was war das auch noch mal halt mehr gehen nur noch mal raus inventator habe ich eine waffe kriegt und zwar eine azur ich habe mehrere azur klinge aber die hat die ist lila schon ein paar bischen was du tut beim angriff acht prozent schock schaden prozent gesundheit bei tötung und was brauche ich da im gegenstand gewicht verringert um 60 prozent allerdings 15 prozent fokus verlust beim erleiden von schaden gut was braucht man was ist das büschlein intelligenz oder was warte mal gucken büschlein ist intelligent furchtbar end of intelligent end of leben und end of ausdauer ok dann machen wir das are you sure you want to level up are you sure siebe stufe siebe wie weit geht es eigentlich die schufe acht und dann ist fertig kleiner scherz oder was ja im moment noch einmal ja muss ich jetzt nochmal zu der caroline oder wie die und muss man das abholen oder was ich habe nämlich nichts mitgekriegt dass ich was kriegt ne scheiße boahner ok alle alter macht das hochkommst ich gehe auch so wenn du noch jung und knackig und wir können das auch du am stargäser ich gehe jetzt ganz oh du pilz halt ne bleib du holger holger mach langsam da liegen pilze noch ok das war gut das ist prima prima gemacht siehst du ist doch ein griff sehe ich falsch oder was du stehst du ach so ok und jetzt ah nicht besser es geht nicht dieser tagebuch hast du schon gelesen ja dreimal sakramen so ich finde es halt ein bisschen doof oder vielleicht kommt es auch noch dass man nicht die stargäser auswählen kann die man entdeckt hat die herausforderungen das ist aktiv sammler fünf einheiten drohen ich habe zwölfe freunde ich will die herausforderungen nicht aufgeben ich will sammler fünf ich und mein leben ist das nicht heißt das nicht zwölf ton progress das verstehe ich nicht aktiv habe ich aktiviert aber ich will sie nicht aufgeben es gibt 75 und die münze ich tricke da jetzt contribute was ist denn das überhaupt gut du musst das dauernd tricke ach so ach gut ich habe da nur einmal drauf geträgt das darfst du nicht du musst da drauf bashen habe ich das jetzt gemacht ich habe auch schon dreimal drauf geträgt egal scheiße locker 15 gegnerische angriffe da brauche ich aber schild ne ja da ist das schild abgebildet meisterpilz meister sammler zehn pilze ich habe doch ich habe doch schon mehr pilze gesammelt wie zähne ach so die habe ich noch gar nicht auch genommen ne ach so ich verstehe das alles nicht okay ein reichen töte fünf meter stand mit einem speer ich habe kein speer sammle zehn hildsuppen da gibt es doch diesen dreckigen umhang den pappischen den muss man erstmal sauber machen das sind die wöchentliche fließ es und wieder lad wenn du du kannst nicht versteht das nicht warum dass sie das machen diese drei bauprojekte aber du kommst mal schlägen ich mache gar nichts oder noch was da die waffe können wir jetzt aber was ist jetzt los abgeworfene gegenseitig verwenden ich habe keinen platz mehr warte mal bereits gelernt gelernt benutzen um dieses rezept zu lernen warum kann ich das jetzt nicht lernen aber ich habe dort das benutzen konnte ich da oder nicht y verwenden oder nicht das wird jetzt wird jetzt nicht angezeigt aber warum gehen das jetzt wieder nicht auch gar nicht scheiße drauf her ich bin zu blöd für das spiel also wirklich wahr was gab kriege ich denn da jetzt die dinge euch gezeigt das ist doch mir scheißegal kriege ich da unten den dreck wieder auch gezeigt gibt es das ja fuck was ist das da okay Freunde ich ich habe keinen Bock mehr ich sehe jetzt ob ich mache pause oder was weiß ich ich gehe ins bett oder was und ich gucke dass ich das irgendwie da auf die reihe kriegt dass das den dreck ich habe das ding weg da ja okay okay dann macht's gut bis denn dann du ja du ja du de du